Wenn man eine Wette ... ... kann man etwas gewinnen. Man braucht dazu ein Neutral-Säckchen. Ein Neutral-Säckchen. Ein Neutral-Säckchen. Und jetzt ist es wirklich wichtig, dass man nicht denkt, wenn ich jetzt jemanden auswähle. Nein, das war abgemacht. Ich möchte dann sehen, warum es das möglich ist. Dann nehme ich hier eine Hand in drei Mio und wirfe den. Die Person wirft ihn neu. Man kann wirklich als eine Person neutral sein. Da kann nichts schief gehen. Jetzt muss man etwas auf die Tür gehen. Da kann nichts markieren. Da ist der Bahn. Ich möchte ihn weiter schiessen. Machen wir. Also, machen wir. Rechnen. Hey, ihr kommt rein. Kommen wir schön nach vorne. Ein Applaus. Ein Applaus. Super. Ich bin froh. Sepp, bitte zusammen ein Bett. Ist das in Ordnung? Zuerst um ansonsten. Hier, in diesem Neutral-Säckchen. Hier. Ist leer, oder? Hier ist eine Ruhe drin. Das Druckli. Und hier in diesem Druckli. Hier ist ein Würfel. Hier ist ein Würfel drin. Und jetzt ist folgendes. Du wählst jetzt eine Würfelzahl aus, die nach oben wird sein. Das ist die, die du ausgewählt hast. Am Schluss schaffst du das noch raus. Hier drinnen. Zumachen. Und dann kommst du die Lotte. Dann kommst du die Lotte zusammen. Dann kommst du die Lotte zusammen. Damit das aber niemand sieht, machst du das alles drümmen. Das ist dein Geheimnis, das darf niemand wissen. Wenn du selber drüben. Die, die du ausmalsst, ist oben. Am Schluss, du hast die Deku drauf. Und kommst du die Lotte dann. Dann kommst du die Lotte zusammen. Dann kommst du nicht rein. Dann kommst du die Lotte zusammen. Kommst du das noch raus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020